Hallo Leute, I love you, die hört es ja. Ich mache jetzt ein paar Tage Pause. Ich habe morgen den ersten Termin im Landgericht Münster gegen meine Halbschwester Patricia Belotti, eine wichtige Berufung. Die werde ich mit links gewinnen und am Mittwoch geht es dann fetzenfliegend gegen das Theater Münster, die Stadt Münster. Denn was jetzt hier abgeht, das ist mehr als unfassbar. Jetzt wurde ich hier aus Crew United rausgeschmissen, grundlos, ohne Vorwarnung, ohne irgendwelche Ankündigung. Ich habe ein Premium Membership habe ich. Ja, das ist vielleicht die Sache wert, weiß ich nicht. Ich habe jetzt alle von Crew United angeschrieben und habe den auch mit meinen Anwälten gedroht, weil sonst eine andere Sprache verstehen die nicht. Verstehe das, wer will, aber ich verstehe das nicht. Versteht ihr das? Wie kann man jemanden grundlos raussetzen? Ich habe, ich bin unschuld, ich habe nichts gemacht. Ich setze mich für 45 Leute und mich selber natürlich ein gegen eine Frau, die wirklich schon längst gefeuert gehört. Nicht nur wegen der Sache mit den Leuten, diese, sie hat eben Nepotismus gemacht. Der Remsi Al-Khalisi, ihr Vertreter und Schauspieldirektor, hat mich nicht nur homophob, antisemitisch, sondern auch diskriminiert und beleidigt mit drei Worten, den brauche ich jetzt hier auch nicht wiederholen. Es ist wirklich krank, was hier abgeht. Und dann so Blüten, die getrieben sind, die ich jetzt rausgerissen habe in Form von Raphael Westermeyer, der Vertreter, der Präsidentin der GdBA. Das muss man sich alles mal vor Augen halten. Das ist unfassbar. Es ist wirklich ein Skandal im Skandal im Skandal. Und dass jetzt Crew United da auch noch mitspielt, das brauche ich mir nicht gefallen lassen. Ich bin, ich habe 13 Jahre in München gelebt und ich kenne München wie meine Westentasche und das ist so ein Münchner Schickeria-Gewächs. Aber das geht nicht. Ich wollte mich nur herzlich für eure vielen, vielen, vielen E-Mails bedanken und dass ihr mir Mut zusprecht und dass ihr teilweise auch natürlich anonym bleiben müsst. Das verstehe ich. Ich werde wahrscheinlich am 20. April die Bombe platzen lassen. Es geht nicht anders. Ich muss es tun und ich glaube, dass ihr mich deswegen auch versteht. Die Leute, die mich mögen und kennen, die sind auch nicht judgmental. Die verstehen das. Wer kann was für seine Großeltern? Könnt ihr was dafür? Ich kann dafür nichts und ich habe mein Leben lang deswegen gelitten. Siehe Kindesmissbrauch im Alumnat Lutherhaus mit 6,5. Dann bei den Pfadfindern mit 13. Das sind die Stationen des Leidens. Dann Hermann Burg mit 6, 15,5. Mich am Theater Koblenz missbraucht. Dann bin ich abgehauen mit 18 von Koblenz nach München. Schauspielschule. War sehr erfolgreich. Bin auf die Residenztheater sofort weg engagiert worden unter Baumbau. Und dann kam dieser eklige Belitz, der mich dann zwei Jahre komplett psychisch gequält hat. Richtig gequält hat. Ich musste, er wusste genau, wer ich bin. Und ich musste dann wirklich diese ganzen scheiß Nazi-Lieder auswendig lernen. Die haben mich in den Nazi-Uniformen von der Hitlerjugend. Und dann mussten wir da über die Bühne marschieren. Und also, die hatten ihren Spaß. Jetzt habe ich meinen. Und Herr Zänglein von Crew United, falls Sie dieses Video hören, Sie sollten sich wirklich schämen, dass Sie da mitmachen. Und auch Herr Roman Seder. Ich bin komplett unschuldig. Und das wird wirklich ein, ja, das wird ein wichtiges Verfahren. Und auch, ähm, es ist unfassbar. Ich bin einfach, ich mache jetzt Pause, Leute. Ja, ich habe viel zu viele Videos gepostet. Ich mache jetzt mal ein paar Tage Pause. Das habe ich mir verdient. Ich muss mich vorbereiten. Und vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen guten Wünsche. Äh, was hier abgeht, das ist nicht mehr koscher. Das ist ganz, ganz, ganz übel. Und ich wünsche es keinem von euch. Denn manche Leute, wie wir wissen, sind ausgerastet hier in Münster. Und Gott sei Dank ticke ich nicht so. Aber das werde ich auch im Gericht sagen. Herr Tollmein, Frau Tollmein, schämen Sie sich zu Dreck und hauen Sie endlich ab aus Münster. Sie können das nicht mehr gewinnen. Sie können das nicht. Auch wenn ich am Mittwoch verliere. Und das werde ich nicht. Wenn es noch ein Recht gibt in Münster, in Deutschland, in Europa, in der Welt, dann werde ich mit wehenden Fahnen am Mittwoch gewinnen. Und dann können Sie Ihre Sachen packen und abhauen. Können Sie irgendwo in einem Privattheater sich selbst beweihräuchern. Also Leute, peace out. Marilyn Monroe sagte immer, cheers, no tears. Also Freude und keine Tränen. In diesem Sinne, have a good thought for Marilyn, die von Hollywood zerstört wurde. Und siehe, dieser ganzen Missbrauchssache MeToo, Harvey Weinstein, es ist nicht besser in Deutschland. Es ist genauso. Es ist wirklich kriminell. Also Kopf hoch und bis bald. Euer Marc.